Ist der Wandersmann gestorben oder hat er noch seinen Spaß mit einer Ernte oder Rehwahl und seiner Weinschorle im Glas? Zuletzt trank er seine Schorle vor seinem Stammkiosk aus und schlief in einem aufgebrochenen Wintergartenhaus. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Er wurde mir intensiv verboten, ob er mich liebte, weiß ich nicht. Ich wuchs auf und ich verlor ihn ganz allmählich aus der Sicht. Er wurde mir intensiv verboten, ob er mich liebte, weiß ich nicht. Er wurde mir intensiv verboten, ob er mich liebte, weiß ich nicht. Er wurde mir intensiv verboten, ob er mich liebte, weiß ich nicht. Er wurde mir intensiv verboten, ob er mich liebte, weiß ich nicht. Er wurde mir intensiv verboten, ob er mich liebte, weiß ich nicht. Er wurde mir intensiv verboten, ob er mich liebte, weiß ich nicht. Er wurde mir intensiv verboten, ob er mich liebte, weiß ich nicht. Er wurde mir intensiv verboten, ob er mich liebte, weiß ich nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017